Man sieht immer etwas Neues. Es bewegt sich immer. Natürlich an den norwegischen Küsten, die so schön ist, ist das, was am meisten faszinierend ist. Mein Name ist Marcel Bolzli. Ich bin Küchenchef auf der Spitze Belgien. Meine Aufgaben sind natürlich auch, die Leute zu führen, Bestellungen zu machen. Also allgemein eigentlich die Chefrolle. Das tut man sich zwar in der Küche. Bei uns auf Hürde Rüten ist wichtig, dass wir den Einwegplastik nicht brauchen. Damit wir das mit dem aufhören. Wegen der Umwelt. Damit wir die Umwelt schützen. Und auch wegen der Meerverschmutzung. Mit dem haben wir aufgehört. Was ich auf einem Schiff speziell mache, ist eigentlich die Herausforderung mit den Bestellungen in meiner Position. Ich habe jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich eine Bahn haben muss, wenn ich nicht schnell am Lieferanten anrufe. Und ich muss das und das haben. Es muss geplant sein und es muss gut geplant sein. Wir haben teilweise norwegische Sachen, wie zum Beispiel das Norway's Coastal Kitchen, das ein Brand ist, das die Hürde Rüten selber gemacht hat. Und dann haben wir American Columbus. Eigentlich alles, was mit Seefahrern zu tun hat. Und das ist eigentlich ein Menü zusammen. Wir machen die Hürde Rüten. Wir machen die Hürde Rüten. Vielen Dank.